Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Let's Play von HeroZero. Das ist jetzt mein 5. Teil. Ja, und wir sind schon beim 5. Ja, ganz schön, lange schon. Ähm, ich bin jetzt Stufe 214. 214. Ähm, eigentlich hat sich kaum was verändert. Naja, ne, ich glaub nix. Ja, wir haben im Team gar keine neuen, denk ich mal. Falls doch, hallo an die neuen. Ich glaub, ne, ne, wir sind schon, ja, wir sind gleich geblieben. So, wir sind jetzt, welcher Platz sind wir denn eigentlich? 28, nein. Schon 8, naja. Nicht schon, sondern leider schon 28. 28, wir waren schon viel höher, aber wir schaffen's wieder hoch, denk ich mal. Ja, Leute, ich bin immer noch nicht damit fertig mit dem Finale. Ich hab erst 95%. Ich hab alles bis auf diese Brotzeit. 45 davon, das ist ganz schön viel. Und irgendwie schaff ich das nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ja, dann greif ich mal jetzt jemanden an. Ich benutze jetzt meine Darts. Ich werf die auf die Köpfe von denen. Ja, Mann. Super, Tasse. Du bist gleich super zerbrochen. Guck mal, wie wunderschön ich die werfen. Hier. So oft angegriffen hintereinander. Mein Gott. Ich hab den schon fast besiegt, ohne dass er mich angegriffen hat. Schon fast die Hälfte ungefähr. Den schaff ich doch locker. Ja, der ist einfach zu schwach. Ich bin einfach zu gut. Ich kann nix dafür. Ja, Mann. Geht doch. Und jetzt. Ich will versuchen, 21.000 Euro zu kriegen. Ich denke, das schaffe ich jetzt nicht. Aber später schaffe ich es auf jeden Fall. Den schaffe ich. Auf jeden Fall, denke ich mal, wenn ich hier meine Sachen einsetze. Ja, Mann. Geht doch. Ach, geschafft. So, dann ist auch schon die Mission fertig. Und suchen wir mal so eine Brotzeit. Ich hab jetzt voll Hunger auf ein Brot. Keine Ahnung, warum. Naja, ich hol mir später ein Brot. Jetzt hol ich mir eine Mission. Eine, eine Mission. Plus fünf. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Soll ich es machen oder nicht? Egal, ich mach es einfach. Plus fünf, immerhin. Plus fünf. Besser wie nix. Das würde ich mal sagen. Dann mach ich mal neue Ware. Und eine Deutschlandfahne. Ja, Mann. Aber die ist doof. Irgendwie. Die macht plus 13. Uh. Die ist gut. Plus 13. Plus 10. Ich glaube, ich nehme die plus 13, ja. Aber ich will nicht so wenig Auge haben. Hm. Ich wasch das mal. Das ist Belgienflagge. Belgien ist ja schon draußen. Mann. Warum geht das nicht? Egal, Donut jetzt. Ist mir scheißegal. Ey, das ist ja noch behinderter. Komm schon. Ey, was? Egal, ich lasse es jetzt einfach. Mann, diese scheiß Waschmaschine. Ich benutze sie nie wieder. Das bringt einfach nix. Immer ist es so, dass es doof ist halt. Die Verteilung. Meine Güte. Okay, dann ziehe ich wieder die besseren Wurfwaffen an. Ich habe jetzt noch vier Stück. Okay, dann benutze ich die noch hier. Ich benutze die jetzt noch. Und ich greife mal zum Spaß den Besten an. Wolke. Ja, ich habe es geschafft. Geht doch. Ja, Mann. Die hatte viel mehr als ich. Ah ja, ich habe hier auch noch neue Ware. Kann ich mal gucken. Kaffee-Maschine. Nein, nein, nein. Oh. Plus sieben. Soll ich es machen? Eher auf die Wurfwaffen hätte ich eher Bock. Ja, Mann, ich komme jetzt Wurfwaffen. Dann kann ich noch mit Erdnüssen angreifen. Dann kann ich noch mal am besten daran. Vielleicht schaffe ich das ja. Nein, vorhin der war viel besser eigentlich. Und ich habe trotzdem verloren. Boah, ich habe jetzt keinen Bock. Ich greife jetzt den Niedrigsten an. Tja, du hast gelitten. Was? Er hat auch so viel. Was ist das? Ey. Mann. Mein Gott, ey. Dieser Hurensohn. Und jetzt hängt es irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Lade doch mal. Wieso? Klappt das nicht? Hä? Was ist jetzt los? Irgendwie. Klappt. Das. Nicht. Was ist das? Meine Fresse. Hä? Wieso klappt das nicht? Nochmal rein. Mein Gott, ey. Was ist das für ein Gammelspiel? Ich schwöre, ich höre auf damit. Ja, okay. Jetzt auf einmal geht es wieder, ne? Ist auch egal jetzt. Kaffee-Maschine. Bloß fünf. Und das macht... Wa? Jetzt macht es minus acht? Ey... Mama-Mia. Das oder das. Und das natürlich. Ja, jetzt habe ich es umsonst die Mission gemacht. Jetzt habe ich alles verschwendet. Die ganze Energie. So Booster. Was kann ich mir denn für Booster holen? Ne. Verlängern, ja. Ich habe jetzt fünf Millionen Münzen. Ja, man. Damit verskill ich... ...meine ganzen... ...Attribute. Ja. Ähm... Ich habe jetzt schon wieder so wenig Auge. Intuition. Wieso? Hä? Egal. Ähm... Ich bin jetzt 180. Von... Keine Ahnung wie viel. In Ehre bin ich 927. Und Team Ehre 192. Wer ist denn Top 1? Ah, diese Zwerge, ey. Die sind schon das zweite Mal jetzt auf Platz 1. Egal. Das war es jetzt mit meiner Hero Zero Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auf Wiedersehen!